Musik Aha, das sind also die neuen Möbel. Mama und Emma waren ja im Möbelladen und haben was Schönes für uns ausgesucht. Also ich muss sagen, es ist irgendwie mal was ganz anderes. Dieses gelbe Sofa und ein passender gelber Sessel sieht irgendwie schön aus. Also sommerlich, es gefällt mir. Und da dieses weiße Regal, da kommt bestimmt noch der Fernseher drauf. Und die Teppiche finde ich auch schön. Pink und grün und noch ein bisschen gelb. Ich finde, es sieht alles sehr schön passend aus und schön erfrischend. Und hier in der Küche, da sieht es doch ganz schön kark aus. Also hier ist ja gar nichts. Also ein Tisch fehlt uns auf jeden Fall noch und Stühle. Wie sollen wir denn alle zusammen essen? Und kochen? Ich meine, ja, die Küche ist noch da. Also wir haben einen Herd, wir haben einen Backofen, wir haben einen Kühlschrank. Eigentlich fehlt nur der Tisch und die Stühle. Naja, und oben, ich glaube, da fehlt auch noch einiges. Mein Zimmer ist ja zum Glück dort drüben. Und oben, ja, da ist es, glaube ich, auch noch ganz leer. Hä? Hä? Was war das denn? Hat da jemand irgendwas vor die Tür gelegt? Hm, was ist das da? Da liegt irgendwas. Hm. Wow, das ist ein riesengroßes Paket. Was ist das denn? Das ist ja XXL. Ein, wow, ein Riesenpaket. Wow, das war echt schwer. Ja, boah, ich habe es Zentimeter für Zentimeter reingeschoben. Und jetzt ist es endlich drin. Was ist da bloß drin? Hm, ob ich das wohl auspacken darf? Also, es steht nicht so richtig was drauf. Das müssen Möbel sein für uns. Und ich glaube, ich glaube, ich werde es einfach auspacken. Die anderen werden sich freuen. Ja, ich habe mich entschlossen. Ich packe es aus. Und dann, dann werde ich alles schon schön aufbauen. Und wenn die anderen wiederkommen, dann freuen die sich sicher richtig. Aber wie soll ich denn dieses große Paket aufbekommen? Ich meine, es war schon schwer genug, das hier reinzuschieben. Aber das ist echt groß. Also, hm, vielleicht brauche ich eine Schere. Oder vielleicht gucke ich mal rundherum, ob irgendwo ein Verschluss ist. Ja, hier. Ich glaube, hier auf dieser Seite, da kann man das aufmachen. Ah, und jetzt noch aufreißen. Und dann, dann sehe ich endlich, was da drin ist. Puh, alles ausgepackt. Und damit dieses große Paket nicht im Weg rumliegt, werde ich es jetzt einfach mal an der Seite in den Garten schieben. Dann können wir es vielleicht später noch klein schneiden und in die Papiertonne werfen. Oh, und jetzt erst mal zu den Möbeln. Was habe ich da eigentlich gerade alles ausgepackt? Ah, was ist das alles? Also, wir haben einen weißen Stuhl mit einem pinken Polster. Einen roten Stuhl mit einem gelben Polster. Dann haben wir einen holzfarbenen Stuhl mit einem grünen Polster. Einen pinken Stuhl mit einem gelben Polster. Eigentlich so ähnlich wie der rote Stuhl, nur in pink. Und einen blauen mit Silber. Und einen blauen Stuhl mit weißem Polster. Und einen Tisch, der ist gelb mit weiß. Also, wenn man mich fragt, die passen doch alle gar nicht zusammen. Was haben Mama und Emma sich dabei gedacht, als sie die im Möbelladen ausgesucht haben? Hm, also entweder haben die sich echt richtig vertan. Oder vielleicht wurde was Falsches geliefert. Oder die haben das extra gemacht, weil sie sich nicht entscheiden konnten. Ich stelle auf jeden Fall erstmal alle Stühle an den Tisch. Und dann schauen wir weiter. Hm, sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, ich finde, das sieht cool aus. Ganz kunterbunt. Ein bisschen weiß, ein bisschen rot, ein bisschen blau. Also, gefällt mir gar nicht mal so schlecht. Hm, da fällt mir was ein. Nein, kunterbunt. Eigentlich fehlt hier bei uns in der Luxusvilla noch ein bisschen Deko. Ich werde mich direkt auf den Weg in die Stadt machen und wieder Deko besorgen. Und dann dekoriere ich Familie Vogels Luxusvilla richtig schön um. Puh, jetzt habe ich ganz tolle Sachen organisiert. Ich war in verschiedenen Bastelgeschäften und habe schöne Sachen gefunden. Und damit werde ich jetzt alles richtig schön dekorieren. Aber als allererstes gehe ich mal in mein Zimmer und dann zeige ich euch, was ich alles so gefunden habe. Hm, also ich glaube, da sind richtig tolle Sachen mit dabei. Und das wird sehr, sehr schön aussehen. Also, ich habe als erstes Washi-Tape gefunden. In verschiedenen Farben. Pink mit Pünktchen, grün mit Blättern, rosa, gold und ein grünes. Das ist so ein bisschen in verschiedenen Grüntönen. Ich finde, das passt alles toll zusammen. Und ich mag ja auch pink gerne und grün eigentlich auch. Dann habe ich Muscheln mitgebracht. Die konnte man so kaufen. Das sind Deko-Muscheln. Ich habe schönes Papier mit grünen Blättern. Alles ein bisschen tropisch. Und jede Menge Glitzersteine. Die sind nicht so tropisch, sondern die sind eher ein bisschen kunterbunt eben. Und ich habe noch super schöne Sticker. Die kann ich vielleicht noch irgendwo dran kleben. Hm, also. Ihr habt gesehen, was ich alles gekauft habe. Dann kann es ja losgehen mit der Dekoration. Und die Muscheln habe ich mir gedacht, die lege ich an den Pool. Bei so ein paar Muscheln am Pool hat man direkt das Gefühl, man ist am Strand. Das sieht doch schön aus. Ein paar Muscheln, ein paar Schnecken. Eigentlich fehlt auch noch Sand, aber den gab es da im Bastelladen nicht zu kaufen. Und hier noch ein paar Muscheln. Oh, ich finde, das ist ein richtig tolles sommerliches Gefühl. Und ich muss noch ein bisschen Platz lassen, dass man überhaupt bis zum Pool kommt. So, weiter geht's. Ich habe noch einiges vor mir. Jetzt wird erstmal geklebt. Und jetzt noch einen großen Streifen pinkes Washi-Tape mitten über den Tisch. Und schon bin ich fertig mit dem Kleben. Ich habe hier ein paar Blätter. Da ein bisschen grün, da ein bisschen pink. Und in der Küche pink. Und nochmal pink. Ich finde, das sieht richtig süß aus. Dann ist es jetzt an der Zeit, die Glitzersteinchen zu verteilen. Glitzer, Glitzer. Oh, wie toll das aussieht. Der bunte Tisch. Die bunten Stühle. Ein paar bunte Glitzersteine. Und hier vor meinem Zimmer, da klebe ich auch noch Glitzersteine auf. Das sieht richtig toll und richtig edel aus. Und das passt auch farblich schön zu meinem Zimmer. Hm, und jetzt? Was mache ich denn jetzt als nächstes? Hm, was habe ich denn da noch? Ach ja. Also, in meinem Zimmer darf auch nicht ein neuer Teppich fehlen. Den anderen hatte ja Lea einfach bemalt. Ich werde mir hier diese schönen Blätter als Teppich hinlegen. Und hier unter den Tisch kommt auch noch ein Teppich. Ich finde, dann sieht es auch noch mal noch besser aus. Bunt und grün kombiniert. Richtig toll. Und die vielen bunten Stühle. Also, wenn ich ehrlich bin, gefällt es mir jetzt hier viel besser. So, jetzt mache ich mich ans Wohnzimmer. Hier darf auch nicht noch Deko fehlen. Ein paar Blätter hier. Mit ein bisschen Glitzer. Und dieser Schrank, da habe ich eben schon sofort gedacht. Der ist einfach langweilig. Komplett weiß. Ich werde ein paar Blätter dran kleben. Und noch eine richtig hübsche Blüte. Und ich glaube, jetzt bin ich fertig. Das hat so viel Spaß gemacht. Hm, also. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ich bin vor allem gespannt, wie es meinen Eltern gefallen wird. Und Julian und Emma. Was werden die wohl dazu sagen? Die können eigentlich nur begeistert sein. Und oben habe ich auch noch einiges zu tun. Ich meine, Julian wird bestimmt wollen, dass ich ihm helfe, sein Zimmer zu dekorieren. Und Emma bestimmt auch. Und Mama und Papa wollen bestimmt auch ihr Schlafzimmer von mir dekoriert bekommen. Naja, für heute war es das erstmal. Jetzt warte ich mal, bis die anderen nach Hause kommen. Was werden die wohl sagen? Ihr könnt uns gerne auf unserem Instagram-Account familievogel-official folgen und uns gerne auch schreiben, wie ihr die Villa findet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey, stopp, 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 stopp. Ich habe da noch was für euch. Wollt ihr vielleicht auch Familie Vogel als Hörspiel hören? Dann sucht einfach auf iTunes, Spotify oder Amazon Music nach Familie Vogel oder spiel mit mir. Da findet ihr viele, viele tolle Hörspiele von uns. Viel Spaß. Tschüss. 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 Vielen Dank.